Noch einmal herzlich willkommen zum sehr, sehr ehrenvollen Abschied eines Mannes, der für Hannover Fußballgeschichte geschrieben hat. Und deshalb haben sich die Organisatoren gedacht, zu seinen Ehren ist das jetzt genau die richtige Situation, um noch einmal zwei besondere Hymnen zu hören, die ihm am Herzen liegen. Wir hören die deutsche Nationalhymne und anschließend das Niedersachsen-Lied. Applaus 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 Herr Merzacker bekommt heute noch eine besondere Auszeichnung vom Land Niedersachsen. Die niedersächsische Sportmedaille, sie ist die höchste sportliche Auszeichnung des Landes. Übergegend ausgehändigt wird sie vom Ministerpräsidenten des Landes Niedersachsen. Stefan Wey, den wir recht herzlich begrüßen. Liebe Sportfreunde, lieber Herr Merzacker, ich habe hier die niedersächsische Sportmedaille dabei. Das ist die höchste Ehrung, die wir in Niedersachsen für Sportler haben. Und ich glaube, hier stimmen alle zu, wenn sie einmal verlieren, dann per Merzacker. Und auch mit den letzten drei Gründen. Erstens, er ist ein toller Fußballer, das wissen wir in Hannover am Allerbesten. Zweitens, Herr Merzacker hat ganz schnell seine Fernseher an der Stiftung begründet. Und in vielen Jahren schon sehr viel Gutes für Jugendliche, für alle, die auch hier in der Region gekauft haben. Und weiß, dass vorhin, wenn er sehr gut in den Stiftung sagt. Applaus 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 Applaus